Was ist besser? Genau die Gefäße. Tonsteinblöcke. Warte mal, was habe ich denn hier eigentlich? Hornstein habe ich. Okay. Aber da kann ich noch nebenbei mein Inventar... Das ist auch geil, dass du das Inventar noch nebenbei öffnen kannst und das auch verschieben kannst. Ja. Ist aber oben rechts, würde ich mein Inventar jetzt haben. Wechseln und bewegen. Tonstein. Okay, aber was ist dann ein Hornstein? Ein Hornstein? Äh... Zum Beispiel das hier. Jaja, ich hab die auch. Ich will nur wissen, was man daraus machen kann. Da, Hornstein. Zutaten für... Steinfahrt. Okay. Hornsteinbruchsteinstufe. Hornsteinbruchsteinstufe. Geil, diese Worte, ey. Steinfahrttreppe. Senklot und Karre. Ausgezeichnet zum Verstärken von Blöcken. What the fuck. Okay. Also du kannst... Hornsteinbruchstein kannst du machen. Hornsteinbruchstein. Ja, da brauchst du aber auch Ton. Feuerton oder blauer Ton. Ah ja. Kriegen wir... Naja, aus... Durch Abbau von durchzogene Erde. Okay. Ah ey, ich mach da immer weg, ey. Feuerton kriegen wir durch... Schamott im Boden. Schamott im Boden. Schamott im Boden. Ja. Naja, schon sehr cool. Aua, ich krieg grad Schaden. Ich... Such mal... Hast du Hunger? Ja. Shit, äh... Markier mal auf der Karte, wo wir sind. Mit Rechtsklick. Ist da der Bug gefixt? Ja, ich kann eingeben. Ja, weil... Beim letzten Mal Multiplayer... Ja, aber... Achso. Gut, wenn man bei Farbe Home eingibt. Ja, hab ich auch. Ich wusste aber nicht... Name... Liste. Achso. Icon... Cool, es gibt sogar so viele Icon. Scheiße. Boah, die Liste. Ich kann den Link nicht kopieren aus dem Ding. Du musst nur bestätigen machen und dann öffnet das. Achso. Ah ja. Dann öffnet er natürlich gleich wieder meinen... Oh, ey. Aber wenn er das sagt. Autsch. Oh! Zum Glück dauert das, bis du komplett gestorben bist. Muss ich dir das Hashtag nehmen oder muss ich dir die Farbe reinschreiben? Kannst wahrscheinlich beides nehmen. Aber er zeigt mir das auch nicht an. C65, das ist der Zug. Ja, okay, ja, du musst das Hashtag nehmen. Safe. Das Hashtag? Ja, aber das ist ja egal. Bei Aqua hat er bei mir eben auch gemacht. Ja, okay, also... Er hat auch bei mir nicht wirklich was genutzt. Ja, im Notfall, du siehst ja, wo ich bin. Die Karte ist ja bis dahin aufgedeckt. Ja. Ach, die ist nicht aufgedeckt. Zeigt immer diesen Kreis an. Okay, das ist natürlich... Dann ist der Bug halt echt noch nicht behoben. Aber so schlimm ist das gar nicht. Äh... Da... Oh! Schreib sie mir aber auf. Ciao! Wieso schau? Achso, du stirbst doch gleich, dachte ich. Noch? Es ist eigentlich besser erstmal ein Essen sparen. 1, 2, 3, 4... So, ich mach nochmal das Feuer an, ne? Also, momentan krieg ich einfach nur Schaden. Es dauert halt, bis du wirklich komplett gestorben bist. Ich find das so geil mit diesem Feuer machen, dass es auch wirklich so lange dauert. Hm. Das wär der Licht. Lass einfach brennen. Ich glaub, dann brennt es sogar länger. Okay. Hast du noch einen Feuerstein? Einen nur noch. Kannst du dich mal droppen? Nö. Nö. Du bist eh nett. Dankeschön. Du bist nett. Ja, ja. Oh! Ich weiß, was ich nett bin. Äh, das, das, äh, Feuerstein, da, 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 Axt, Pfeilspitze, Feuerstein, Hackenkopf, Schaufel, Speerspitze. Schaufel. So, machen wir mal hier die nächste Schaufel. So, tschak. Hm. 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 Ich muss immer noch was gucken. Kurz so eine Server-Config. Kann der nicht mal sterben? So. So, perfekt. So, perfekt. Es ist dunkel geworden. Mhm. Oh. Okay. Warte mal, wie viel Grad haben wir hier? Ja, ja, 600 Grad. Ja, wir schaffen sogar mehr als 600 Grad. Ist doch schon mal was. Okay. Oh nein, Regen. Das geht sowieso jetzt aus. Okay, das Fall wieder rausnehmen. Ja. Das geht aus. Ist auch geil. Solange ich noch nicht gestorben bin, kann ich weiter abbauen. Und ja. Läuft. Was ist das? Was läuft da? Wo? Siehst du das? Da? Ach, nö. Ist das schon ein dieser Gegner? Ja. Ja. Oh. Viel Spaß. Oh, es nimmt mich auf. Oh mein Gott. Hm? Es hat mich gehauen. Hm. Mal gucken, wer schneller stirbt. Du oder ich. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen mit dem. Tja. Er land weg von mir. Er sieht, dass ich ein Mensch bin. Er hat Angst von mir. Warte. Beuge dich. Man, Natur, beuge dich. Boah, jetzt mit der Regeln ist ja auch wieder belassen. Hast du echt die Büsche wirklich hier hingestellt, die du nicht hinstellen solltest? Nachdem ich die hingestellt habe, hast du gesagt, stell die da nicht hin. Oh, ich bin mir egal. Oh. 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 So, ich renne und suche mal nach Steinen und so, ne? Mach das. Ich will schneller sterben, meine Güte, ey. Das nervt. Du bist der Erste, der sagt, ich will schneller sterben, ey. Ja. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Hm. Oh. Ich baue hier mal noch weiter ab. De, 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 de. Konnte man das Zeug nicht normalerweise essen, auch irgendwie? Wie ist Zeug? Hochkorbwurzeln. Siedeltemperatur 150 Grad. Boah. Weiß ich nicht. Die ganze wahrscheinlich kochen. Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Siedeltemperatur 150 Grad. Gut. Das ist was, ja. Das ist cool, dass das als Info mal noch dabei steht. Soll ich noch mehr Büsche mitbringen? Na, mach mal. Ich sammleer, ja. Warte an, so vielen Vorbeilauf, oder? Ja. Einfach alles mitnehmen. Star Wars hat natürlich bis sie halt sind, äh. Ja, ist halt so. Oh, hier sind Fuchs. Oh, wie süß. Die sehen halt genauso aus wie in Minecraft. So, wie sind überall diese fetten Schluchten, ey. Ich halte mal. Panik. Keine Panik auf der Titanic. Oh. Da kriege ich ja Schiss. Oh. 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 Was ist los? Ich habe was gefunden, und zwar Steckrüben. Sie waren nicht tot. Nee, ich bin nicht tot. Ich habe Steckrüben gerade gefunden, die Ernte fertig waren. Steckrüben. 21 Tage dauert das. Also, 21 Tage ist das frisch. Wenn gegessen, 100 Sättigung. Kann ich die so fressen? Ich sterbe nicht, ich sterbe, ich sterbe nicht, ich sterbe, ich sterbe nicht. Warte mal, steht da eigentlich was im Handbuch für den Steckrüben? Stimmt, da steht ja anders drin. Steckrüben. Zutat. Äh. Was ist das hier? Warte mal. Ist das eigentlich? Okay. Ersteck, äh, im Fass. Salzlösung. Okay, Salzlösung. Zutaten, ähm, eingelegte Möhre, eingelegter Kohl, Zwiebeln, bla bla bla, oder? Ach, das kannst du machen. Alles klar. Ähm, eine Portion, äh, zwei Portionen Wasser brauchst du. Oder du kriegst, irgendwie brauchst du zwei. Ein Liter jeweils. Super für die Konservierung von Lebensmittel und Salz. Dann kannst du so eine Flüssigkeit machen. Und das kannst du dann kombinieren mit Steckrüben und so. Und dann hält das länger. Aber Sättigung ist weniger. Oh, ich hab Quarz gefunden. Okay. Quarzstücke. Ich nimm die einfach mal hier alle mit. Aber eigentlich muss man sagen, das ist viel einfacher, damit klar zu kommen, kann das sein. Als Minecraft? Ja. Aber wenn du halt kein... Aber wenn du halt kein... Aber wenn du eigentlich alles hin... Hä? Die erklären ja auch, wie du weiterspielst. Ja. Deswegen mein ich das ja. Minecraft erklärt das ja nur mit ihren Namen. Meinen und Kraften. Ja. Schön. Das, das. Ziehen wir mal noch ein bisschen mit dem Wasser. Kann ich aber nicht mehr aufheben, weil ich zu feul bin. Dass du feul bist, weiß ich. Oh Gott. Ja, ich brauch irgendwas zum Ablegen von Items. Das ist ja... Rind das... Achso, ich wollt schon sagen, rennt das hier immer noch rum? Nee, ist ein Ziegenbock. Ja, wir brauchen unbedingt Kisten. Ja, ja. Hi. Wo ist das Lager? Gerade zu? Ja. Da hinter dem Berg, der hier vorne ist. Wir haben einfach nichts, was darauf hindeut. Na gut, doch die Büsche. Warum hab ich ne Ho? Ich hab dir eine zugeschmissen. Achso. Hab ja auch was hin gecraftet. Aus Versehen ist gut. Zack. Zack, 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 zack. Ja, das war's noch. Aus Versehen ist echt gut. Hm. Wo ich noch 10 zu viel Steckrücken bekomme. Ja, ich esse mir voll. Ja. So. So, ich hab aber jetzt mal was... Warte mal. H, ne? Gut. Ähm. Warte mal. Ich geh einfach mal durch. Normalerweise ist es ja gut sortiert. Hm. Aua. Hm, 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 hm. So, wie lange dauert das? Steht da nicht bei, ja, alles klar. Aber wie nennt man denn die Dinger? Was denn? Äh, wo man die Sachen hin lagern kann. Wie gesagt, eigentlich Kisten. Ja, aber die anderen, ähm, die Töpfe. Tontopf war für Essen, ne? Ton. Tontopf. Tontopf. Oh mein Gott. Ist der Tontopf? Ja, ja, ich bin auch grad da. Es gibt auch noch einen gebrannten Tontopf. Den musst du brennen dann. Du musst den Tontopf machen und den musst du dann brennen. Bei ne Temperatur von 600 Grad. Ja, aber da kann man ja nur Essen reinpacken. Ja, und? Steht der da. Ja, wir brauchen ja etwas, um Eis, um's reinzustecken. Kisten. Ja, Holzkiste. Geschlossen, offen, Holzkiste. Ja, die Bretter. Ja, die Bretter können wir aber nicht machen. Weil wir hier keine, warte, doch, oder? Stock und Bismut-Bronze-Säge. Ja, da brauchen wir so ne scheiße Bronze-Säge. Bronze-Sippe-Blatt, das können wir überschmieden. Schmieden können wir noch nicht. Holzkiste-Ofen, findest du wahrscheinlich. Nee, das ist das. Ist halt wirklich so, dass man das noch nie machen kann. Äh. Erz, kannst du das so ernten, oder nicht? Oder wie ist das? Äh, wie, welcher Erz, was für Erz? Eisen oder so. Oder wie ist das? Du findest Stücke. Also Stücke findest du. Ich hab zum Beispiel die ganze Zeit nur Stücke gefunden. Hm. Und daraus kannst du halt dann schmieden, wahrscheinlich. Ich bin auch der Meinung. Und mit Ton wärst du ja wahrscheinlich doch die, ähm, Form dafür machen müssen, oder nicht? Ja, glaub ich auch. Äh. Eisenspitzsack. Schmieden. Metallform. Um deine ersten Metallwerkzeuge zu erstellen, oh. Müsst du. Sondern, äh, misst du. Müsst du. Es steht wirklich so, misst du. Zunächst Kupfer und später Bronze schmelzen. Du wirst Holzkohle, Lehm und Kupfernugels brauchen. Fertige, fertige dir erst Tiegel durch Tod, Töpfern und brenne in der, äh, in einer Feuerstelle. Holzkohle lässt sich durch Kohle, Kohlen gewinnen. Ähm, kennst du, ähm, Terraformacraft? Minecraft? Mhm. Weißt du, wie das mit der Kohle ging? Ja, die haben auch gesagt, das sind ja einige, ne, weiß ich nicht mehr. Musst du einen Raum fertig machen. Da musst du dann ganz viel Holz stapeln. Und das musst du dann anzünden. Dann musst du den Raum zunmachen. Ach, das stand, äh, das stand im Discord, haben die drüber mal geredet, äh, oder er gesagt, das wurde jetzt vor kurzem erst gefickt. Oh, ich sterbe. Hm. Scheiße, Wolf. Ich bin ja auch gepasst. Beginnen Sie, eine Grube zu graben, um sie, um sie mit Brennholz zu füllen. Die Holzkohlegrube können beliebig Abmessungen von bis zu 11x11x11 Blöcke haben. Decken Sie Ihr Stapel ab, lassen Sie aber einen einzigen Block in der Mitte in der Luft eingesetzt. Warten Sie darauf, dass sich keinen Luftblock, keine Luftblocks in der Rimmel befinden, so dass Hans ihre Brennholzstapel zu Asche verbrennt. Du musst das halt komplett dicht machen. Und dann halt das eine Loch und dann musst du das halt anzünden. Oh, ja. Wir werden untergehen. Besonders, wenn man kein Flint findet, ne? Ja, ich hab jetzt schon wieder sechs. Ja, du. Ja, für uns, also. Ah, ja. Lügner. Also, ich beziehe dich. Lügner. Aber ich glaube, wir müssen sowieso mal weiter. Ich hab jetzt öfter hier mal ein paar Proben von dem Boden genommen. Das ist ja alles hier nur dieses, äh, diese komischen Steine hier. Hartstein. Ja, ist doch generell viel davon. Man kann ja hier trotzdem bleiben. So ist das ja nicht. Oh. Äh. Nuggets. Native Kupfer. Schmelztemperatur. 1084 Grad. 20 Stücke schmelzen zu einer Kupferbahn. 5 Einheiten von Kupferbahn. Ui. Okay. Oh, Mann. Ich bin das mal mit. Am besten halt immer mitnehmen, was man echt findet. Ja, bis man keinen Platz mehr hat. Ja. Das war mal, was man meistens so, so kaum hat, ne? Hm. Irgendwie ist das immer merkwürdig, dass die Musik so schnell zu Ende ist wieder. Ja. Warte mal. Boah, ich dachte eben, das ist so hell geworden. Ich dachte eben, jetzt ist ein ganz langer Blitz. Ich dachte mir so, okay. Läuft bei dir. Ja, läuft bei dir. Äh. Heubett. Dafür braucht man Gras. Die macht man so, okay. Eigentlich können wir uns normale Heubetten zum Schlafen machen. Da muss man die Zeit nicht mehr überspringen. Aber gut, der schläft irgendwie fünf Stunden oder so, ne? Von Anfang. Weiß ich nicht. Hä? Warte, hast du nicht gepennt. Stehst du beim Feldern? Ne. Bist du unterwegs? Ja, wieso? Okay. Ja, ich dachte, das sehe ich jetzt nicht. Deswegen. Ich dachte, du kommst gerade wieder. Okay. Ey, du Stalker. Ich doch nicht. Nein. Du, du doch nicht. Man muss nicht erst mal anfangen, wenigstens eine kleine Hütte zu bauen. Ja, ich gucke gerade nach Blöcken, die wir benutzen können. Wir können auch erst mal Holz nutzen. Ich habe nämlich gerade viel geholt. Ja. Stämme und so. Gucken wir mal. Stamm. Was machen wir da? Wie sieht das überhaupt mit C's aus wegen Bäumen? Äh, die kriegst du ab und zu mal. Ich habe jetzt glaube ich auch welche. Warte mal, ich gucke mal. Okay. Ja, ich habe einen Kiefern-Setzling. Hm. Ich plant's dann einfach mal hier. Keine Ahnung, wie viele Tage der braucht. Ja, wahrscheinlich viel zu lange. Ich wollte gerade sagen, eigentlich braucht er ja keine Ahnung, wie viele Tage, bis da was rauskommt. Vor allem, wie das aussieht. Das sieht einfach aus wie so ein Busch und da ist einfach so ein Stock drin. Ja. So, also hier sowas habe ich jetzt mitgebracht. Wird in etwa fünf Tagen wachsen. Okay, keine Ahnung, wo ich mir das nicht aufgezeigt habe. Oben. Äh, kieferstamm, kieferstamm, kieferstamm. Wachsende Steckgrübe, fordering Nährstoff N, Wachstumsstatten 1 von 5, Erde, Nährwert N25, P25, K25 Prozent. Wachstumsrate, Ernte 60 Prozent, Ernte 60 Prozent. Okay. Also so gut ist das halt wahrscheinlich nicht. What the fuck, ey? Winkelmotor, Alter, what? Winkelgetriebe, Bremse. Bist du aus dem Winkelgetriebe, ey? Ach, krass, das kann man so machen. Ach so. Ey. Warte mal. Guck mal. Heise, Silber, Gold. Nacht. F5, wie sieht das aus? Naja. Jemals ist es nicht. Oha. Cool, ne? Ups. Nein! Dunkel. Warte. Ich bin nicht müde genug, um zu schlafen. Oh nein. Und ich hab Hunger. Ja, ja. So. Nein, jetzt lieg ich schon wieder. Oh Gott. Stressig. So, dann haben wir die. Das ist ganz gut. Hattest du eigentlich das Lager vorher wieder abgebaut? Ne, das geht alleine kaputt. Okay. Warum hast du mal alles kaputt? Ist wahrscheinlich nicht alleine kaputt gegangen, hast du wahrscheinlich kaputt gemacht. Nein, ich nicht. Nein, du doch nicht. Würdest du niemals machen. Ich brauch irgendwas zu bebräuchen. Sägen. Sägen können wir nicht machen, weil wir dafür die ganzen Dinger nicht haben, weil die nicht schmelzen können. Hm. Aber da muss man doch irgendwas anderes haben, dass man Sachen lagern kann. Vielleicht beim Händler sogar für ihn aus sein. Das kann aus sein. Okay. Es ist halt so ein Minecraft-Verschnitt, aber es ist wirklich viel zu schwerer. Besonders, weil du viel mehr essen musst. das ist wirklich Es ist www.esebitnachow.co.uk schon mal in dem Ja, authoritarian, auch aus passiert. Das ist geil. Gut – perché respectful справ – warte mal ganz kurz ich lese mich grad durch du weißt schon dadurch verschwende ich nicht sehr viel essen ne ich weiß das ist bei mir nicht auch passiert zwei tage noch brauchen die büsche hier vier tage unser wachstumsstadion 255 alles klar wir machen jetzt das erste wir holen uns jetzt die ersten sache warum baust du das wieder ab hat er einfach ab ich glaub's doch nicht da haut er einfach ab for sure ok sollen dann noch ok voll